Hi, in dieser Session beschäftigen wir uns mit Mac OS X. Wer sich mit dem Mac bereits auskennt, kann diese Session überspringen. Hier soll lediglich denjenigen eine Einschulung gegeben werden, die sich mit dem Mac nicht auskennen. Versionsnummer Man kann die Versionsnummer des Macintosh Betriebssystems ablesen unter Apfel über diesen Mac. Wir haben hier die Version 10.8. Diese Version ist auch unter dem Namen Mountain Lion bekannt. Andere Versionen unterscheiden sich zwar ein wenig von dieser, die grundsätzlichen Konzepte sind jedoch gleich. Informationen über die wichtigsten Neuerungen in der aktuellsten Version, OS X Mavericks, erreichst du über die Links zu diesem Video. Der Schreibtisch Das hier ist der Schreibtisch, genau wie in Windows. Man kann hier einfach irgendwelche Dateien, wie zum Beispiel diese Textdatei, ablegen. Mac-User arbeiten typischerweise sehr viel mit dem Desktop. Während es bei Windows eher empfehlenswert ist, am Desktop nur Verknüpfungen abzulegen, damit das Hochfahren des Computers nicht unnötig verzögert wird, scheint es bei Mac nicht viel auszumachen, wenn man auch mal große Dateien am Desktop liegen hat. Früher wurden am Schreibtisch immer alle Volumes angezeigt, die mit dem Computer verbunden waren. Ein Volume ist ein Datenträger oder eine Partition auf einen solchen. Seit Snow Leopard werden Volumes standardmäßig nicht mehr am Schreibtisch angezeigt. Man kann allerdings einstellen, dass sie angezeigt werden. Und zwar unter Finder, Einstellungen. Ich wähle hier einmal an, dass alles angezeigt wird. Festplatten, externe Festplatten, CDs, DVDs und so weiter. Okay, jetzt wird die Systemplatte am Schreibtisch angezeigt. Legt man eine CD oder einen anderen Datenträger ein, so wird dieser ebenfalls am Schreibtisch angezeigt. Ich bin da vielleicht etwas konservativ, aber mir ist es so lieber. Das Dock Hier unten haben wir das sogenannte Dock. Im Dock kann man Verknüpfungen zu Programmen ablegen, die man öfters braucht. Will man ein Programm hier ablegen, so zieht man das Programm-Icon einfach hier hin. Will man eine Verknüpfung entfernen, zieht man sie einfach aus dem Dock heraus. Oder man klickt das Symbol mit der rechten Maustaste an und wählt den entsprechenden Eintrag aus dem Kontextmenü. Um ein Programm zu öffnen, klickt man es an. Offene Programme erkennt man immer an diesem kleinen Strich. Windows-User würden erwarten, dass man ein Programm schließt, wenn man auf dieses X klickt. Mit dem Klick auf das X wird aber nicht das Programm geschlossen, sondern nur das Fenster. Das Programm ist immer noch offen. Um ein Programm wirklich zu schließen, muss man den entsprechenden Eintrag im Menü wählen oder den Shortcut Command-Q ausüben. Nun ist das Programm geschlossen. Ich öffne es noch einmal. Will man ein Fenster nicht schließen, sondern nur minimieren, so kann man auf dieses Minus hier klicken. Damit wird das Fenster im Dock abgelegt. Man kann es jederzeit wieder hervorholen. Mit Klick auf dieses Plus ändert man die Größe des Fensters. Man passt die Fenstergröße an die Größe des Inhaltes oder an die Größe des Bildschirms an. Und mit einem Klick hierhin versetzt man das Programm in den Fullscreen-Modus. Okay. Öffnen wir einmal ein Programm, zu dem ich keine Verknüpfung im Dock habe, direkt aus dem Ordner Programme. In diesem Fall wird ein Symbol für das Programm im Dock angezeigt, solange das Programm offen ist. Im rechten Bereich des Docks ist der Dokumente-Bereich. Hier kann man Verknüpfungen zu Dokumenten oder Ordnern ablegen. Ich lege einmal eine Verknüpfung zu einem Dokument hier ab. Man kann es nun einfach von hier aus mit einem Klick öffnen. Und so sieht das Ganze bei einem Ordner aus. Für Ordner gibt es verschiedene Ansichtsoptionen, die man einstellen kann. Wenn man den Ordner mit der rechten Maustaste anklickt. Sollte man eine Maus mit nur einer Taste haben, so macht man den Rechtsklick immer, indem man die Taste Control hält und klickt. Ich zeige die verschiedenen Ansichtsoptionen einmal vor. Ganz rechts im Dock befindet sich der Papierkorb. Er hat die gleiche Funktion wie beim PC. Man kann ihn entleeren, indem man ihn mit der rechten Maustaste anklickt. Zusätzlich kann man ihn aber auch zum Auswerfen von Medien verwenden. Um beispielsweise eine CD auszuwerfen, kann man sie einfach auf den Papierkorb ziehen. Hier ganz links oben ist das Apfelmenü. Es ist immer da, egal wo man ist. Von hier aus kann man bestimmte Funktionen ausführen. Wählt man über diesen Mac, so bekommt man Informationen über den Mac. Auf oberster Ebene nur das Wichtigste, wie die Softwareversion oder die Prozessorleistung. Klickt man auf weitere Informationen, so bekommt man etwas tiefere Einblicke. Und klickt man dann auf Systembericht, so wirft man quasi einen Blick unter die Motorhaube. Unter Softwareaktualisierung kann man Updates für das Betriebssystem oder installierte Programme downloaden und installieren. Über den App Store kann man Programme kaufen. Über Systemeinstellungen kann man Einstellungen zum Betriebssystem machen. Das schauen wir uns später noch an. Mit Sofortbeenden kommt man in ein Fenster, in dem alle offenen Programme aufgelistet sind und in dem man bei Bedarf das Schließen des Programmes erzwingen kann. Dieses Fenster ist mit dem Taskmanager bei Windows vergleichbar. Der Shortcut hierfür ist Alt-Command-Escape. In unserem Fall ist abgesehen vom Finder nur Screenflow geöffnet. Das ist das Programm, mit dem ich den Bildschirm abfilme. Der Finder ist das, was bei Windows der Explorer ist. Hier kann man den Computer in den Ruhezustand versetzen, neu starten oder ausschalten. Das kann man aber auch machen, indem man einfach den Powerknopf am Computer drückt. Es erscheint dieses Fenster. Aktiviert man diese Option, werden beim nächsten Hochfahren automatisch alle Programme und Fenster wieder so geöffnet, wie man sie hinterlassen hat. Und hier kann man zwischen verschiedenen Benutzern wechseln. Der Informationsbereich Rechts oben ist der Informationsbereich. Hier haben wir zum Beispiel die Uhrzeit und bei Laptops den Batteriestatus. Außerdem haben wir hier Spotlight, das Suchprogramm. Hier kann man die Lautstärke regeln. Das geht aber auch über die Tastatur. Hier kann man WLAN aktivieren bzw. deaktivieren und ein Netzwerk auswählen. Dies ist das Bluetooth-Symbol. Man kann hier Bluetooth aktivieren, deaktivieren und verschiedene Einstellungen machen. Und hier kann man zwischen verschiedenen Benutzern wechseln. Die Menüleiste Dieser Bereich ist die Menüleiste. Sie bezieht sich immer auf das Programm, in dem man sich gerade befindet. Das aktive Programm wird immer hier fett gedruckt angezeigt. Wechselt man das Programm, so ändert sich das Menü. Ist man in keinem Programm, so wird das Menü des Finders angezeigt. Der Finder ist das, was in Windows der Windows Explorer ist. Mit dem Finder beschäftigen wir uns gleich anschließend. Egal welches Programm gerade geöffnet ist, im Menü des Programmes hat man immer drei wichtige Menüpunkte. Die Programmeinstellungen, um das Programm zu konfigurieren. Eine Funktion, um das Programm zu beenden. Und eine Funktion, um das Programm auszublenden. Der Finder Der Finder ist das, was bei Windows der Explorer ist. Er dient dazu, durch die Ordnerstruktur einer Festplatte oder eines anderen Datenträgers zu browsen. Man öffnet den Finder, indem man zum Beispiel einfach auf eine Festplatte oder einen Ordner doppelt klickt. Oder man klickt einfach auf die Verknüpfung im Dock. Im Finder gibt es vier verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Man kann die Darstellung über diese Schaltflächen umschalten. Oder man verwendet die Shortcuts Command 1 bis Command 4. Eine Möglichkeit ist, sich die Dateien als Symbole anzeigen zu lassen. In diesem Fall kann man einfach browsen, indem man einen Ordner doppelt klickt. Hier wird immer angezeigt, in welchem Ordner man sich befindet. Man kann den Zurück-Button benutzen, um wieder einen Schritt zurück zu gehen. Oder man klickt mit gehaltener Command-Taste auf den Ordnernamen. Dann sieht man genau, wo man sich gerade befindet und kann direkt auf eine andere Ebene wechseln. In dieser Darstellung hat man eine Liste aller Dateien und Ordner. Ordner kann man über einen Klick auf dem Pfeil daneben öffnen. Alternativ kann man Ordner aber auch doppelt klicken, um in den Ordner hineinzuspringen. In dieser Darstellung kann man spaltenweise durch die Ordner navigieren. Wenn man eine Datei anklickt, bekommt man hier eine kleine Vorschau und ein paar Informationen. Und der vierte Darstellungsmodus ist Coverflow. Hier bekommt man von jeder Datei eine große Vorschau angezeigt. Man kann die Dateien durchblättern, wie das viele vielleicht von iTunes her kennen. Will man eine größere Vorschau von einer Datei, so drückt man einfach die Space-Taste. Das funktioniert aber nicht nur in der Coverflow-Darstellung, sondern in allen Ansichten. Hier im linken Bereich des Finder-Fensters hat man verschiedene Favoriten, um schnell an bestimmte Orte zu gelangen. Will man einen Ordner der Liste hinzufügen, so zieht man ihn einfach hierher. Man kann in der Liste die Reihenfolge der Einträge vertauschen. Um einen Ordner zu entfernen, klickt man ihn einfach mit der rechten Maustaste an und wählt Aus der Seitenleiste entfernen. Über dieses kleine Menü kann man verschiedene Funktionen aufrufen. Diese sind aber auch verfügbar, wenn man eine Datei mit der rechten Maustaste anklickt. Und es gibt für viele Funktionen Shortcuts. Schauen wir uns die Funktionen im Schnelldurchgang an. Öffnen sollte klar sein. Diese Funktion braucht man aber normalerweise nicht, weil sie auch ausgeübt wird, wenn man eine Datei doppelklickt. Bei Öffnen mit kann man auswählen, mit welchem Programm die Datei geöffnet werden soll. Alternativ kann man auch einfach das Datei-Symbol auf das Programm-Symbol ziehen. In den Papierkorb legen sollte auch klar sein. Alternativ kann man eine Datei auch anklicken und den Shortcut Command-Backspace verwenden. Mit Informationen oder Command-I kommt man in dieses Fenster. Hier kann man diverse Eigenschaften der Datei ablesen. Außerdem kann man hier auch einstellen, mit welchem Programm die Datei standardmäßig geöffnet werden soll. Wählt man Alle ändern, so werden alle Dateien von diesem Typ mit dem ausgewählten Programm geöffnet. Mit Komprimieren wird eine ZIP-Datei von den ausgewählten Dateien erstellt. Mit dieser Funktion kann man direkt eine CD oder DVD von einer oder mehreren ausgewählten Dateien brennen. Eine CD, die man so brennt, enthält drei Dateisysteme. HFS Plus für den Mac, ISO 9660 mit Rockridge-Erweiterung und Joylit mit Rockridge-Erweiterung. Die Rockridge-Erweiterung ist eine Erweiterung für Unix-Systeme. Üblicherweise kann man eine solche CD also überall lesen. Für spezielle Anforderungen verwendet man aber natürlich besser eine Brenner-Software. Mit Duplizieren wird eine Kopie der Datei angelegt. Mit Alias erzeugen erstellt man einen Verweis auf eine Datei. In Windows wird ein solcher Verweis als Verknüpfung bezeichnet. Mit Übersicht sieht man eine Vorschau der Datei. Gleich wie wenn man einfach Space drückt. Mit Bereitstellen kann man eine Datei zum Beispiel per E-Mail senden. Mit Kopieren kann man eine Datei kopieren, um sie später irgendwo einzufügen. Über diesen Punkt gelangt man in die Darstellungsoptionen. Diese sehen wir uns jetzt nicht an. Und über die Etiketten kann man Dokumente einfärben. Okay, einen neuen Ordner erzeugt man mit Command-Shift-N oder mit der rechten Maustaste und neuer Ordner. Über dieses Menü kann man die Dateien im Finder nach einem bestimmten Kriterium sortieren. Und hier kann man Dateien per E-Mail senden, als Nachricht versenden oder per AirDrop auf einen anderen Computer übertragen. AirDrop ist das hier. Hier werden alle Computer angezeigt, die in der Nähe sind und AirDrop geöffnet haben. Man kann einfach Dateien auf einen anderen Computer ziehen. Wenn der andere die Dateien akzeptiert, werden sie per Bluetooth oder WLAN übertragen. Okay, soviel zu AirJob. Hier kann man einen Suchbegriff eingeben. Hier kann man bestimmen, was genau durchsucht werden soll. Und mit dem Plus kann man weitere Suchkriterien hinzufügen. Suchabfragen, die man öfters braucht, kann man auch abspeichern. Fasst man ein Fenster rechts unten im Eck an, so kann man die Größe verändern. Ein neues Finder-Fenster kann man mit Command-N öffnen. Es ist möglich, im Finder Dateien mit Command-C zu kopieren und mit Command-V an einer anderen Stelle wieder einzufügen. Zieht man eine Datei per Drag & Drop von einem Fenster ins andere, so kommt es darauf an, ob sich beide Orte auf derselben Platte befinden oder nicht. Befinden sich beide Orte auf derselben Platte, so wird die Datei verschoben. Handelt es sich um unterschiedliche Platten, so wird die Datei kopiert. In unserem Fall wurde die Datei verschoben, weil beide Ordner auf derselben Platte sind. Hält man die Taste Alt während des Ziehens gedrückt, so wird die Datei immer kopiert. Hier oben im Menü des Finders gibt es noch verschiedene Einstellungen. Die braucht man üblicherweise aber eher selten. Erwähnenswert sind vielleicht die Darstellungsoptionen. Diese werden wir aber nicht im Detail besprechen. Strukturierung der Daten auf der Festplatte Da wir uns nun mit dem Finder auskennen, browsen wir einmal ein bisschen herum. Gehen wir von der untersten Ebene der Macintosh HD aus. Hier haben wir den Ordner Programme. In diesem Ordner befinden sich, wie der Name schon sagt, alle Programme. Viele Programme werden am Mac ganz ohne Installationsprogramm installiert. Einfach, indem man das Programm in diesen Ordner kopiert. Teilweise muss man aber auch so wie bei Windows ein Installationsprogramm ausführen. Deinstallieren kann man Programme nur dann ordentlich, wenn mit der Software ein Deinstallationsprogramm mitgeliefert wurde. Ansonsten kann man bei Mac ein Programm, das man nicht mehr braucht, einfach löschen. Diese Deinstallation ist zwar nicht ganz sauber, reicht aber in der Praxis meistens aus. Nicht ganz sauber ist die Deinstallation deshalb, weil meistens irgendwo in der Library noch weitere Dateien liegen, welche zum Programm gehören. Hier ist die Library. Hier legen viele Programme bei der Installation Daten ab. Zum Beispiel hat jedes Programm einen eigenen Ordner im Ordner Application Support. Hier werden unter anderem auch Audio-Plugins abgespeichert. Ein Durchschnitts-User muss in der Library normalerweise nichts machen. Wenn man allerdings ein bisschen mehr in die Tiefe geht, kommt es schon vor, dass man hier etwas zu tun hat. Zum Beispiel werden in der Library oft auch Plugin-Presets oder ähnliches gesichert. Kann sein, dass man diese einmal backuppen oder auf einen anderen Computer übertragen möchte. Was in dieser allgemeinen Library abgespeichert ist, betrifft immer den gesamten Computer und somit alle Benutzer. Neben der allgemeinen Library, welche auf oberster Ebene der Macintosh HD liegt, gibt es auch noch eine Benutzer-Library im Benutzer-Ordner. Diese Benutzer-Library ist allerdings in den neueren Versionen von Mac OS X ausgeblendet. Das heißt, man kann dort nicht ganz normal hinnavigieren. Man kann sie nur erreichen, indem man die Alt-Taste hält und dann im Menü Gehe zu Library wählt. Diese Library sieht zwar sehr ähnlich aus wie die von vorhin, wie wir sehen, sind wir aber nicht mehr auf oberster Ebene, sondern im Benutzer-Ordner. In diesem Fall heißt der Benutzer Sonic Vision. In dieser Library speichern die Programme Dinge ab, welche nur einen Benutzer betreffen. Okay, zurück zum Programm-Ordner. Im Programm-Ordner befindet sich der Ordner Dienstprogramme. Hier findet man verschiedene Dienstprogramme, die fortgeschrittene Benutzer brauchen könnten. Zum Beispiel das Festplatten-Dienstprogramm zum Formatieren, Überprüfen, Reparieren und Partitionieren von Festplatten. Oder die Aktivitätsanzeige, an der man ablesen kann, welches Programm gerade welche Ressourcen braucht. Also zum Beispiel, wie viel Prozent der Prozessor- oder Arbeitsspeicherauslastung gerade von einem bestimmten Programm herkommen. Dies ist der Schlüsselbund. Im Schlüsselbund sind alle möglichen Kennwörter gespeichert. Man wird immer gefragt, ob man ein Kennwort dem Schlüsselbund hinzufügen möchte. Dies ist der Terminal. Über den Terminal kann man Unix-Befehle eingeben und ausführen. Das sollte man aber nur machen, wenn man sich damit auskennt, sonst kann man auch Dinge kaputt machen oder löschen. Und hier hat man das MIDI-Audio-Setup. Hier kann man auf Systemebene Einstellungen zu den installierten Audio- und MIDI-Interfaces machen. Normalerweise muss man hier aber nichts einstellen. Okay, gehen wir noch einmal zurück auf die unterste Ebene der Macintosh HD. Wichtig ist hier noch der Benutzer-Ordner. In ihm findet man für jeden Benutzer einen Ordner. Hier ist der Ordner von Sonic Vision. Jeder Benutzer hat einen eigenen Schreibtisch, einen eigenen Musik-Ordner, eigene Filme, einen eigenen Download-Ordner, einen eigenen Dokumenta-Ordner und einen eigenen Bilder-Ordner. In den Dokumenta-Ordner speichert man üblicherweise seine Dateien ab. Neben den Daten, die hier abgespeichert sind, hat wie gesagt jeder Benutzer seinen eigenen versteckten Library-Ordner. Dadurch ist es möglich, dass jeder Benutzer seinen eigenen Schreibtisch-Hintergrund und seine eigenen Einstellungen für das Betriebssystem haben kann. Wenn man auf der Festplatte direkt an einen bestimmten Ort springen möchte, kann man auch das Menü Gehe zu benutzen. Oder noch besser, man verwendet die Shortcuts, die daneben stehen. Command-Shift-A, um in den Programm-Ordner, den Applications-Ordner, zu kommen. Command-Shift-C, um alle Volumes am Computer zu sehen. Dieser Ort entspricht dem Prinzip dem Arbeitsplatz am PC. Command-Shift-U, um zu den Dienstprogrammen, den Utilities, zu kommen. Mit Command-Shift-O kommt man zu seinen Dokumenten. Wählt man alle Dateien, so bekommt man unabhängig von der eigentlichen Ordnerstruktur eine Liste mit all seinen Dateien, sortiert nach Dateityp. Die Systemeinstellungen Öffnen wir einmal die Systemeinstellungen. Die Systemeinstellungen sind ein ganz normales Programm im Programm-Ordner. Die meisten Benutzer haben auch eine Verknüpfung der Systemeinstellungen im Dock. Und auf jeden Fall kann man sie über das Apfel-Menü öffnen. Während man die vorhin gezeigten Dienstprogramme braucht, um sehr tiefgehende Einstellungen am System vorzunehmen, findet man hier in den Systemeinstellungen die Dinge, die für gewöhnlich auch Durchschnittsbenutzer brauchen. Wenn man eine bestimmte Einstellung sucht, kann man einfach, was man sucht, hier eingeben. Die oberen Reihen von Symbolen sind vom Mac fest vorgegeben. Unten können auch Programme Systemeinstellungen bei ihrer Installation ablegen. Wenn man ein Programm durch Löschen deinstalliert hat, kann es sein, dass hier noch Systemeinstellungen liegen. Diese kann man dann einfach mit der rechten Maustaste anklicken und entfernen. Man kann in den Systemeinstellungen zum Beispiel einen Schreibtischhintergrund und einen Bildschirmschoner auswählen. Man kann einstellen, mit welchen Gesten am Trackpad man welche Aktion auslösen möchte. Man kann die Monitorauflösung umstellen. Und ganz wichtig für uns, man kann hier Einstellungen zum Ton machen. Hier wählt man aus, welches Audiointerface für die Ausgabe von Ton benutzt werden soll. Und hier kann man einstellen, welcher Eingang für die Aufnahme verwendet werden soll. In diesem Fall steht das integrierte Mikrofon und der Line-In-Eingang der internen Soundkarte zur Verfügung. Im Falle des Mikrofons kann man hier einpegeln. Verwendet man ein externes Audiointerface, so wählt man hier normalerweise nur das Interface aus. Alle weiteren Einstellungen macht man in der Driver-Software des Interfaces oder im Audioprogramm. Schaut dir die Systemeinstellungen bei Gelegenheit einmal durch. Wir können hier nicht alles im Detail besprechen. Spielereien Es gibt bei Mac verschiedene kleine Programme und Funktionen, die ich nachfolgend als Spielereien bezeichnen möchte. Diese Spielereien wollen wir nun besprechen. Die erste ist Launchpad. Man kann Launchpad zum Beispiel öffnen, indem man es im Dock anklickt. Im Launchpad hat man eine spezielle Ansicht für Programme, die auf diesem Mac installiert sind. Wer seine Programme lieber so verwaltet, ordnet und öffnet wie am iPad oder am iPhone, kann das hier machen. Mit einem Klick irgendwo hin ins Blaue schließt man Launchpad wieder. Mit einem Klick hierher öffnet man die Mitteilungszentrale. In der Mitteilungszentrale werden gesammelt alle E-Mails, Kalendererinnerungen, Nachrichten, Systemmitteilungen und vieles mehr angezeigt. Zuerst poppen die Mitteilungen als Banner auf und dann findet man sie hier. Wir sehen hier im Moment keine Mitteilungen, weil ich diesen Benutzeraccount nur für dieses Video eingerichtet habe. Darum landen hier auch keine E-Mails oder ähnliches. Wir werden hier also nicht alle zwei Minuten mit einer Mitteilung belästigt. Das kann ansonsten aber schnell passieren. Drum kann man das Aufpoppen von Bannern mit diesem Schalter deaktivieren. Das hier ist das Dashboard. Hier kann man kleine Apps, sogenannte Widgets, ablegen, welche schnell verfügbar sein sollen. Es gibt zum Beispiel Wetter-Widgets, Taschenrechner, Aktien-Apps und vieles mehr. Über das Pluszeichen kann man weitere Widgets hinzufügen. Und über diesen Button kann man weitere Widgets aus dem Internet downloaden. Über diesem File oder mit Escape kann man das Dashboard wieder verlassen. Okay, weiter zur nächsten Spielerei. Ich öffne nun einmal mehrere Fenster und Programme. Default-mäßig kann man immer mit der Taste F11 den Schreibtisch anzeigen. Mit Control-Pfile nach unten kann man default-mäßig alle Fenster des aktiven Programmes anzeigen. Und die letzte Spielerei, Mission Control. Klickt man auf Mission Control, so sieht man alle Fenster, die gerade offen sind. Und zwar wirklich alle und nicht nur so wie vorhin alle Fenster des aktiven Programmes. Man kann einfach zwischen verschiedenen Fenstern wechseln. Und hier oben sieht man die sogenannten Spaces. Im Moment haben wir nur einen Space. Über einen Klick hierhin kann man mehrere Spaces hinzufügen. Und hier oben sieht man die sogenannten Spaces. Man kann nun einfach die verschiedenen Fenster in einem beliebigen Space ablegen. Und nun kann man zwischen den Spaces wechseln. Man kann sich einfach in jedem Space die Fenster und Programme öffnen, die man für eine bestimmte Aufgabe braucht, und kann dann zwischen den Spaces hin- und herwechseln. Es gibt für alle Spielereien, die wir besprochen haben, zahlreiche Wege, um sie aufzurufen. Wie wir gesehen haben, sind manche Spielereien Programme. Das heißt, man kann sie im Dock ablegen oder aber auch eine Verknüpfung auf den Schreibtisch legen oder ähnliches. Je nachdem, welchen Computer man hat, gibt es auch Sondertasten auf der Tastatur, um diese Spielereien aufzurufen. Ich habe hier zum Beispiel eine Taste, um Mission Control aufzurufen. Des Weiteren kann man Shortcuts für die verschiedenen Spielereien vergeben. Man macht dies in den Systemeinstellungen unter Mission Control. Man kann hier für Mission Control für alle Programmfenster einblenden, für Schreibtisch einblenden und für Dashboard einblenden einen Shortcut aus dem Menü auswählen. Oder man kann auswählen, dass man eine der Funktionen über die mittlere oder die rechte Maustaste aufruft. Und dann gibt es noch etwas, das jemanden, der es nicht gewohnt ist, zur Verzweiflung bringen kann. Es kann aber auch sehr nützlich sein. Nämlich aktive Ecken. Eine aktive Ecke bewirkt, dass eine Aktion, eine Spielerei, aufgerufen wird, wenn man mit der Maus in eine Bildschirm-Ecke fährt. In diesem Menü kann man auswählen, was passieren soll, wenn man mit der Maus in die rechte obere Ecke fährt. Und zu guter Letzt kann man die Spielereien auch mit Mehrfingergesten am Trackpad aufrufen. Einstellungen diesbezüglich macht man in den Systemeinstellungen unter Trackpads. Hier sieht man zum Beispiel, wie man mit einer Geste den Schreibtisch anzeigen kann. Mitgelieferte Programme Mit macOS werden zahlreiche Programme mitgeliefert. Schauen wir uns im Schnelldurchlauf ein paar davon an. Das ist Safari, der Standard-Internet-Browser von macOS. Mail ist das E-Mail-Programm. Es entspricht in etwa Outlook. Das ist der Kalender von macOS. Das ist das Adressbuch. Mit iPhoto kann man Fotos verwalten und Diashows erstellen. GarageBand ist ein einfaches Programm zum Musikmachen. Damit werden wir uns aber nicht beschäftigen. Wir sehen uns später den großen Bruder von GarageBand an, Logic. iMovie ist eine primitive Videoschnitt-Software. Den QuickTime-Player und iTunes kennen wahrscheinlich alle. FaceTime ist zum Telefonieren und über den App Store kann man Software downloaden. Ursprünglich musste man sowohl am Mac als auch am PC Dateien immer manuell abspeichern, damit Änderungen nicht verloren gingen. Wenn der Computer einmal abstürzte und man hatte zwei Stunden lang nicht abgespeichert, war der Ärger groß. Denn die Arbeit der letzten zwei Stunden war verloren. Um den Schaden bei einem Absturz möglichst gering zu halten, haben viele Programme eine Funktion, bei der automatisch alle paar Minuten abgespeichert wird. Mit dem Release von macOS 10.7, also mit Lion, ging Apple noch einen Schritt weiter und schaffte das manuelle Speichern quasi vollständig ab. Man kann zwar noch speichern, muss das aber nicht mehr tun. Jede Änderung in einem Dokument wird sofort und automatisch abgespeichert. Apple bezeichnet das als Autosave. Damit man sich mit Autosave nichts kaputt machen kann, hat man zusätzlich Versions eingeführt. Mit Versions kann man wieder zu einer älteren Version des Dokumentes zurückkehren. Wir sehen uns gleich an, wie Autosave und Versions genau funktionieren, aber eins vorab. Nicht alle Programme am Mac nutzen diese Funktionen. Es steht Softwareherstellern frei, nach wie vor die ganz normale, traditionelle Speicherfunktion zu verwenden. Okay, schauen wir uns Autosave und Versions an. Ich öffne einmal TextEdit und schreibe etwas. Am Anfang muss man das Dokument wie gehabt einmal abspeichern. Wenn ich es einfach schließe, werde ich gefragt, ob und wo ich das Dokument speichern möchte. Ich speichere die Datei am Schreibtisch. Nun schreibe ich noch etwas und schließe das Dokument einfach. Dieses Mal werde ich nicht gefragt, ob ich speichern möchte, denn es wurde automatisch alles gespeichert. Wir sehen, nach dem Öffnen ist alles wieder da. Alles, was man schreibt, wird sofort gespeichert. Es gibt zwar noch den Befehl Speichern, man muss diesen Befehl aber nicht ausführen. Was das manuelle Speichern bringt, werden wir aber gleich noch sehen. Es gibt im Menü auch kein Speichern unter mehr. Dafür gibt es die Funktion Duplizieren. Mit Duplizieren erstellt man eine identische Kopie des Dokumentes und kann diese unter einem anderen Namen abspeichern. Ich schließe dieses Duplikat aber wieder und entscheide mich, es zu löschen. Man kann die Funktion Duplizieren übrigens auch über dieses kleine Menü aufrufen. Außerdem kann man die Datei über dieses Menü auch direkt umbenennen. Oder man kann sie verschieben. Schützt man ein Dokument, so wird man gewarnt, wenn man versucht, das Dokument zu verändern. Dokumente, die schon länger nicht mehr geändert wurden, haben nach dem Öffnen immer erst mal den Status geschützt. Hier haben wir die bereits angesprochene Versions-Funktion. Links haben wir die aktuelle Version des Dokuments und rechts mehrere vorhergehende Versionen. Das hier ist die Timeline. Damit kann man zu den älteren Versionen navigieren. Man findet hier zahlreiche Versionen, aber nicht jeden einzelnen Bearbeitungsschritt. Es wird in regelmäßigen Abständen eine Version des Dokumentes hier abgelegt. Wenn man zu einem Zeitpunkt manuell die Funktion Speichern ausübt, so wird ebenfalls eine Version hier abgelegt. Das ist der Zweck des manuellen Speicherns. Hat man die gewünschte Version gefunden, kann man sie über einen Klick hierhin wiederherstellen. Man kann aber auch nur Teile aus dem alten Dokument per Copy & Paste in das Neue übernehmen. Hat man alles wiederhergestellt, so wie es sein soll, klickt man auf Fertig. Erstellen von Backups Das Standard-Backup-Programm am Mac nennt sich Time Machine. Um Time Machine nutzen zu können, braucht man eine Time Machine-Festplatte, auf welche die Backups gespeichert werden. Ist Time Machine noch nicht konfiguriert und man schließt eine Festplatte an, so wird man üblicherweise gefragt, ob diese als Time Machine-Platte verwendet werden soll. Außerdem kann man die Time Machine-Platte jederzeit manuell auswählen. Unter Systemeinstellungen Time Machine Volume auswählen Unter Optionen kann man Ordner auf der internen Festplatte auswählen, welche vom Backup ausgeschlossen sein sollen. Und hier kann man die Time Machine ein- und ausschalten. Ist die Time Machine-Platte angeschlossen, wird automatisch stündlich ein Backup der Macintosh HD angelegt. Man kann den Backup-Vorgang aber auch manuell starten, indem man in diesem Menü Backup jetzt erstellen wählt. Okay, sehen wir uns an, wie man Dateien, die verloren gegangen sind, vom Backup wiederherstellen kann. Ich gehe einmal in meinen Dokumente-Ordner. Sagen wir, diese Datei hier sei aus Versehen gelöscht worden. Um die Datei wiederherzustellen, öffnet man Time Machine. Nun kann man ähnlich wie in Versions in die Vergangenheit reisen. Wir sehen, hier ist die verloren gegangene Datei. Das Finder-Fenster zeigt den Inhalt der Macintosh HD an, so wie er zu einem bestimmten Zeitpunkt war. Man kann herumnavigieren und auch die Suchfunktion nutzen. Und auch die Vorschau funktioniert. Wenn man die Datei, die man sucht, gefunden hat, klickt man einfach auf Wiederherstellen und die Datei wird von der Time Machine-Platte auf die Macintosh HD kopiert. Man kann mittels Time Machine nicht nur einzelne Dateien zurückholen. Setzt man einen Mac neu auf, so wird man nach der Installation des Betriebssystems gefragt, ob man seine Daten von einer Time Machine-Platte wiederherstellen möchte. Entscheidet man sich dafür, so werden alle Dateien und Systemeinstellungen von der Time Machine-Platte übernommen. Der Computer wird also so wiederhergestellt, wie er einmal war. Neu aufsetzen eines Macs Mac OS wurde früher auf DVDs geliefert. Um die Installation einzuleiten, machte man einfach einen Neustart und hielt beim Hochfahren die Taste C auf der Tastatur gedrückt. Dadurch wurde Mac OS von der DVD aus gestartet. Man konnte dann die Installation des Betriebssystems starten oder über das Menü ein Dienstprogramm öffnen. Typischerweise öffnete man zuerst das Festplatten-Dienstprogramm, um die Festplatte zu formatieren, und startete dann die Installation. Man kann am Mac aber auch das Betriebssystem neu installieren, ohne die Festplatte zu formatieren. Heute werden alle Macs mit vorinstalliertem Betriebssystem ausgeliefert. Optische Laufwerke hat Apple abgeschafft. Und Updates für das Betriebssystem gibt es nur noch als Download. Um den Computer neu aufzusetzen, braucht man keine DVD. Man hält einfach beim Neustart die Tasten Command und R gedrückt. Dann öffnet sich die OS X Wiederherstellung. Von hier aus kann man Dienstprogramme ausführen und Mac OS neu installieren. Sollte ein größeres Problem mit der Festplatte bestehen, sodass die normale Mac OS Wiederherstellung nicht funktioniert, muss man die sogenannte Internetwiederherstellung nutzen. Dateisysteme von Festplatten Es gibt bei Festplatten verschiedene Dateisysteme. Welches Dateisystem eine Festplatte verwendet, wird beim Formatieren der Festplatte festgelegt. Folgende Formate sind am verbreitetsten. FAT32 Dieses Format ist ein veraltetes PC-Format. Es kann jedoch von Mac und PC gelesen und geschrieben werden. Man kann eine Festplatte sowohl von Windows als auch vom Mac aus in FAT32 formatieren. Der Mac nennt dieses Format übrigens liebevoll MS-DOS-Dateisystem. Das Format hat den Nachteil, dass eine Datei nie größer als 4 GB sein kann. NTFS NTFS ist das Standardformat für Windows-Rechner. Dieses Format kann vom PC gelesen und geschrieben werden. Der Mac kann es nur lesen. Zusatzsoftware wie NTFS for Mac befähigt jedoch auch den Mac auf solche Platten zu schreiben. Man kann am Mac Festplatten nicht im NTFS-Format formatieren. Dann gibt es noch die Filesysteme Mac OS, Mac OS Extended oder Mac OS Extended Journals. Letzteres verwendet man heutzutage üblicherweise am Mac. Diese Dateisysteme werden technisch mit HFS bezeichnet. Auf eine so formatierte Platte kann der Mac lesen und schreiben. Der PC kann weder lesen noch schreiben. Es gibt aber Zusatzsoftware wie MacDrive, welche den PC befähigt, Mac-Platten zu lesen und darauf zu schreiben. So, das war jetzt eine echt lange Session. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.